Interested in Smart Solutions for Production and Assembly? Herzlich Willkommen zur MoTec und Bond Expo 2019. Annähernd 1000 Aussteller aus 31 Nationen erwarten Sie in 6 Hallen mit topmodernen digitalisierten Komponenten, Baugruppen, Subsystemen und Komplettanlagen für die automatisierte Produktion und Montage. Um den wachsenden Anforderungen der durchgängig automatisierten Stückzahl flexiblen Fertigung aktuell und in der Zukunft gerecht zu werden, präsentiert die MoTec zudem an der industriellen Praxis ausgerichtete, in Technik und Kommunikation vernetzte Komplettlösungen. Ergänzend werden auf der Bond Expo exzellente Detail- und Systemlösungen zum Fügen und Verbinden von Komponenten und Baugruppen in der Vor- und Endmontage vorgeführt. Die Arena of Integration ist das Highlight mit vernetzten und sofort einsatzbereiten Use Cases zur integrativen Digitalisierung der Prozesse in Produktion und Montage. Smarte Prozesslösungen für die zukunftsfähige Connectivity Ihrer digitalisierten Unternehmensprozesse werden hier höchst kompetent im Kompaktformat demonstriert. Ready to go? Come and check it out! Denn nur hier machen Sie sich ein umfassendes Bild rund um die Wertschöpfungsketten einer informations- und prozessorientierten industriellen Produktions- und Montageautomatisierung. Und das ist das, was wir sehen, dass wir uns im Kompakt mit einem 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 Kompakt